Der Boden ist übersät mit weißen Flügeln. Sie hängen an Neonröhren, in alten Spinnennetzen, an Metallpfosten. Verwesungsgeruch liegt in der Luft. Die Eintagsfliegen haben Saison. Als Larven leben sie im Wasser und wenn es warm genug ist, schlüpfen sie. Dann machen sie sich frenetisch auf die Suche nach einem Partner. Ihnen bleibt schließlich nur ein Tag. Viele scheitern. Grelles Licht kann sie blenden, sie stürzen ab und verenden.